Erst als er wieder allein war, wurde sich der alte Graf alles dessen, was er gehört hatte, voll bewusst. Allerdings war ihm gleich im ersten Augenblick das Blut zu Kopf gestiegen. Waldemars ruhiges Sprechen aber, und vielleicht mehr noch ein ihm tief im Blute steckender Hang nach dem Aparten und Abenteuerlichen, hatte seinen Unmut zurückgehalten, in dessen dieser Zustand konnte nicht dauern. Und jetzt, wo Waldemar fort und die Diskussion einer ihn prickelnden Frage geschlossen war, war auch der Moment wieder da, die zurückgedrängten ersten Empfindungen Entrüstung und Schreck wieder auflohen zu lassen. In der Tat auch Schreck. Er war Grund und Ursache all dieser Wirrnisse, die nicht gekommen wären, wenn er für seine Person auf die törichte Laune Waldemar bei der Pittelkuh einzuführen verzichtet hätte. Dieser Fauxpas, seinerseits, musste früher oder später zur Kenntnis seines älteren Bruders, des Majoratsherrn auf Groß- und Kleinhaldern kommen. Und wenn er sich dann verklagt sah, gleich viel laut oder leise, wie wollte er da bestehen? Und wenn vor ihm, dem Bruder, wie vor ihr, der Frau Schwägerin, sie war die stolzeste Frau weit und breit, eine von Petersburger Erinnerungen getragene kurländische Dame, vor der selbst die Halderns nur mit Mühe bestehen konnten und der eine Schwiegertochter im Stile von Stine Rehbein einfach Tod und Schande bedeutete. Was half es, wenn Waldemar aus dem Lande ging und sich für immer expatriierte? Die Tatsache der Enkanaierung eines Haldern blieb bestehen. Und mit ihr das Skandal, die Blame, das Ridikül. Und das Letzte war das Schlimmste. Nein, es geht nicht, überlegte der Graf, während er immer erregter und nervöser werdend in seinem Zimmer auf- und abschritt. Ich werde mit Gewalt dazwischenfahren. Ich bin schuld, ja, und nochmals ja, und immer wieder ja. Ich will es nicht von mir abwälzen. Aber meine Dummheit allein hat es nicht dahin gebracht. Da steckt meine gute Freundin dahinter. Dieser schwarze Gott sei bei uns, meine gute Bittelkuch, die jeden Tag rappelköppischer wird. Denn so viel Bonsoin sie hat, so ist sie doch vom Hochmutsteufel besessen. Und während sie nach links hin sich einbildet, mit mir machen zu können, was sie will, will sie nach rechts hin die blonde Schwester mit ihrer langweiligen Tugendgrimasse direkt in unsere Familie hineinspielen. Aber ich werde dem Hause Bittelkuch mit all seinen Annexen zeigen, dass es denn doch die Rechnung ohne den Wirt gemacht hat. Undankbare Kreatur. Aus dem Kehricht habe ich sie aufgelesen. Und als Lohn für meine Guttat zahlt sie mir in dieser Münze. Während er noch so sprach, traf sich, dass sein Blick von ungefähr in den Spiegel fiel, er trat ihn auch heran, rückte sich das rote Halstuch zurecht und lachte. So also sieht ein Ehrenmann aus, ein Witwenretter und Waisenvater. Habe die Ehre. Und er bekomplimentierte sich selbst. Immer das alte Lied. So wie man in der Patsche sitzt, spielt man sich auf den Unschuldigen hinaus, schimpft über die Komplizen, die meist viel weniger Schuld haben als man selbst, und lässt andere die Dummheiten entgelten, die man höchst eigenhändig gemacht hat. Und in meinem Falle nennt sich diese schnöde Weißwascherei noch aristokratische Gesinnung und erhebt sich über die Pittelkurs, die sich wenigstens nicht mit Noblesse Oblige durch die Welt zieren, jammervoll. Wohin man sieht, hat man sich zu schämen. Und doch muss etwas geschehen. Und wenn meine Schuld noch zehnmal größer wäre. Bei diesen Worten zog er die Klingelschnur. Eine Droschke, Johann. Und während dieser sich nach dem nächsten Halteplatz aufmachte, machte der alte Graf Toilette, sorglich und vor dem Spiegel, aber doch mit der Raschheit eines alten Militärs. Eine halbe Stunde später hielt die Droschke vor dem Eingange zum Invalidenpark. Der alte Graf stieg aus und ging über den Damm fort auf das ihm wohlbekannte Haus zu, das im Grellenscheine der Mittagssonne wie ausgestorben da lag. Pauline stand am Fenster und erkannte den Grafen, als er hastigen Schrittes auf ihre Wohnung zusteuerte. Jot, sagte sie, nun schon bei Dare. Dabei rückte sie aber doch den Kragen zurecht und warf ihre Küchenschürze hinter den Ofen. Und jetzt hörte sie es klingeln. Mama zu Haus? Olga wollte nachsehen, aber der Graf war nicht in der Laune, sich auf seinem eigensten Territorium allerlei lächerlichen Anmeldeförmlichkeiten zu unterwerfen und trat also, während er Olga folgte, gleichzeitig mit dieser in das Vorderzimmer ein. »Guten Tag, Witwe!« Die Pittelkuh sah, dass er schlechter Laune war und erwiderte deshalb, ohne sich von ihrer Fensterstille zu rühren, im gleichgültigsten Tone »Guten Tag, Graf!« Eine schmähliche Hitze. Der alte Graf bezeugte keine Lust, sich in ein Wettergespräch einzulassen, warf sich vielmehr ohne weiteres ins Sofa und sagte, während er sich mit dem Taschentuch etwas frische Luft zufächelte, »Ich komme heute in einer ernsten Sache, Pauline. Was ist das mit der Stine?« »Mit Stine?« »Ja. Sie hat da mit meinem Neffen angebändelt und nun ist er verrückt geworden und will sie heiraten. Und wer ist schuld daran? Du, Pauline. Du hast mir dies eingebrockt. Du. Nur du. Stine macht nicht drei Schritte, geht nicht von hier bis ans Fenster, ohne dich zu fragen. Sie hat nie was anderes getan, als was du gewollt oder gut geheißen hast. Und auf dich fällt dieser Skandal. Ich frage dich, ob ich Anspruch auf solche Behandlung habe. Wir wollen sehen, was wird. Wolle du, was du willst. Ich will, was ich will. Die Welt ist verrückt genug geworden. So weit sind wir noch nicht, dass die Häuser haltern und Pittelkuh arm in arm ihr Jahrhundert in die Schranken fordern. Nee, Pauline, solchen Unsinn verbitte ich mir. Und was ich von dir fordere, ist das, dass du dieser Kinderreihe ein Ende machst. Kann ich nicht. Weil du nicht willst. Oh, ich will schon. Ich habe schon gewollt. Gleich, als ich die Geschichte kommen sah. Es ist ein Unglück für meine Stine. Was? Es ist ein Unglück für meine Stine. Ja, Graf. Oder denken Sie, dass ich so dumm bin, sowas für ein Glück zu halten? Ach du meine Güte. Da sind der Herr Graf mal wieder aus Irland und ganz gehörig. Und nun hören Sie mal ein bisschen zu. Hier drüben wohnt ein Schlosser, ein Kunstschlosser und hat einen Neffen, einen allerliebsten Menschen, der bei den Maikäfern gestanden. Aber jetzt ist er wieder ins Geschäft. Nun, der war letzten Sommer immer um die Stine rum. Und wenn der das Mädchen nimmt, dann gehe ich nächsten Sonntag in den Dorm oder zu Büchseln und weine mir aus und danke dem lieben Gott für seine große Guttat und Gnade, was ich nun schon eine gute Weile nicht getan habe. Ja, Graf, so steht es. Mein Stinischen ist kein Mädchen, das sich an einen hängt oder mit Gewalt einen rankratzt. Graf oder nicht. Und hat's auch nicht nötig. Die kriegt schon einen, ist gesund und proper und kein Untätchen an ihr, was nicht jeder von sich sagen kann. Hä? Komme mir nicht damit. Das sind Ausweichungen und Redensarten, bloß um von der Sache loszukommen. Darum handelt sich's nicht. Untätchen. Was heißt Untätchen? Ich habe der Stine nichts auf den Leib geredet. Ich weiß, sie ist ein gutes Kind. Aber was soll das mit deinem Untätchen und was nicht jeder von sich sagen kann? Meinst du mich? Meinetwegen. Mir tut's nichts. Ich bin drüber weg. Aber du meinst meine Neffen. Und das reizt mich und ärgert mich, weil es mal wieder deinen schlechten Charakter zeigt. Oder wenn nicht einen schlechten Charakter, so doch, dass du hart bist und ohne rechte Güte. Was soll das mit dem anzüglichen Vorwurf und deinem spöttischen Gesicht dabei? Waldemar ist ein armer, unglücklicher Mensch und kann freilich keinen Degen verschlucken oder sich einen Amboss auf die Brust legen lassen. Und wenn du das ein Untätchen nennen willst, na, so tu's. Aber seine Krankheit und sein Elend, das ist es ja gerade, was ihm vor Gott und den Menschen zur Ehre gereicht. Denn woher hat er's? Aus dem Krieg. Herr hat er's. Er war noch keine 19. Und ein schmächtiger, dünner Fähnrich bei den Dragonen und sah aus wie ne Milchsuppe, das muss wahr sein. Aber ein Hall, dann war er. Und weil er einer war, war er der erste von der Schwadronen, der an den Feind kam. Und vor dem Karree, das sie sprengen sollten, ist er zusammengesunken. Zwei Kugeln und ein Bayonettstich und das Pferd über ihn. Und das war zu viel für den jungen Menschen. Zwei Jahre hat er gelegen und gedoktert und gequänt. Und nur drückt er sich schwach und krank in der Welt herum. Und weil er nicht weiß, was er machen soll, besucht er Stine und will sie heiraten. Das ist ein Unsinn. Aber komme mir nicht mit allerlei Spitzen und Anzüglichkeiten, die für den armen Jungen nicht passen. Er hat das eiserne Kreuz. Und ich will, dass du mit Achtung von ihm sprichst. Pauline lachte. J. Graf, wenn das einer hört, so muss er ja wahr und wahrhaftig denken. Ich wollte einem einen Spott draus machen, dass er ein braver Junge gewesen. Aber das ist auch so eine von euren Marotten, dass ihr immer denkt, wir verstünden nichts davon und wüssten nichts von Vaterland und knapp zu von Courage. Aber wie steht's denn? Alle Wetter, ich bin auch fürs Vaterland und für Wilhelm. Und wer seine Knochen zu Markte getragen hat, vor dem habe ich Respekt. Und brauche mir nicht erst sagen zu lassen, dass ich Respekt vor ihm haben soll. Und den Graf, man nicht immer gleich mit der Halderns. Ich hab welche gekannt, die waren auch erst 19 und keine Halderns und saßen nicht zum Pferde, nee, immer bloß auf Gebrüder Beneckens und mussten auch immer vorwärts. Und zuletzt, als es bergang ging und sie nicht mehr konnten, da hielten sie sich an die Kusseln, weil sie sonst rücklings runtergefallen wären und immer die verdammten Dinger dazwischen, die so quietschen und sich anhören wie eine Kaffeemühle. Nee, nee, Graf, die Halderns haben es nicht alleine gemacht und der junge Graf auch nicht. Aber er hat seine Schuldigkeit getan und seine Gesundheit dran gegeben. Und da werde ich ihm doch nichts anreden. Da biss ich mir ja lieber die Zunge ab. Ich hab bloß sagen wollen, dass an Stine kein Untätchen ist und dabei bleibe ich. Und da wir nun mal davon reden, dabei bleibe ich auch, dass ans Gräfliche öfter sowas ist als an unserein und nun gar erst ans Stinichen. Ich weiß nicht, wie die Doktors es nennen, aber das weiß ich. Es gibt Untätchen schon von Urgroßvater her. Und die Urgroßväter, was so die Zeit von einem dicken König waren, die waren schlimm. Und die Halderns werden wohl auch nicht anders gewesen sein als die anderen. Es ist gut, sagte der alte Graf mit wiedergewonnener Ruhe. Was du gleich zuerst gesagt hast von dem Schlosser drüben und seinem Neffen, das ist die Hauptsache, das hat mich überführt. Ich glaube jetzt, dass du unschuldig an der Sache bist und muss auch einräumen, es sieht dir nicht ähnlich. Du bist viel zu klug und zu verständlich, um solchen Unsinn in Gang zu bringen, denn du sagst es ja selbst, ein Unsinn ist es und ein Unglück dazu und noch dazu für alle beide. Pauline nickte zustimmend. Also ein Unglück, sag ich. Und nun lass uns überlegen, wie wir da rauskommen oder es wenigstens eingrenzen und wieder schick in die Sache bringen. Waldemar ist eigensinnig, alle Kranken sind es und wird von seinem Vorhaben nicht lassen wollen, davon bin ich überzeugt. Es ist also nur dadurch, etwas zu machen, dass wir auf den anderen Part, auf deine Schwester, einen Einfluss gewinnen. Die Pittelkuh zuckte mit den Achseln. Du willst sagen, es fehlt auch ihr nicht an Eigensinn und ich glaube es beinahe. Außerdem ist alles Zureden umsonst, solange noch die Möglichkeit für Stine bleibt, Waldemar zu sehen und zu sprechen. Den wird sie natürlich lieber hören als uns. Jeder hört am liebsten, was ihm schmeichelt und wohltut. Ich sehe also nur ein Mittel, sie muss fort und ich stelle dir alles dabei zur Verfügung. Überlege, sie wird doch irgendwo in der Welt in der Pregnitz oder Uckermar eine Freundin oder Anverwandte haben und wo nicht, so müssen wir sowas erfinden. Da muss er hin. Nur weg von hier, weg. Zeit gewonnen, alles gewonnen. Und ist erst eine Trennung da und haben beide 14 Tage lang eingesehen, dass sich auch ohne Mondscheinkuss immer noch leben lässt, so haben wir wenigstens einen guten Anfang gemacht. Und dann sehen wir weiter. Die Pittelkur war im Wesentlichen damit einverstanden und fiel, als ihr Hall dann auch erzählt hatte, dass Waldemar nach Amerika wolle, rasch wieder in ihren Alltags- und Gemütlichkeitston. Ich war von Anfang an dagegen. Und nun will er auch noch nach Amerika. Du mein Gott, was will er da? Da müssen sie scharf ran. Und bei sieben Stunden in Stich Sonne, da fällt er um. Erst heute früh haben sie hier einen vom Bau vorbeigebracht und waren auch dazu in Steinträger mit Schnurrbart und Soldatenmütze, was immer die stärksten sind. Und nun solch armer Invalide, Graf, ich werde es schon machen und will gleich zu Wanda, die muss mir eine Geschichte zurecht lügen. Und wenn ich die habe, dann packen wir Stielen ein nach Altlandsberg oder nach Bernau mit Storchnest oder nach Fürstenwalde. Sie will immer beistehen und helfen, aber wir müssen ihr sowas vorreden von Beistand und Hilfe. Der Graf war erfreut und so trennten sie sich.